So, jetzt ist es mittlerweile sechs, vier, fünf Tage her seit dem letzten Video. Wir haben uns die letzten Tage eigentlich immer nur am Strand, waren am Strand, am Pool, haben ein bisschen Urlaub gemacht. War noch ziemlich kaputt nach den ganzen, sagen wir mal, zehn Tagen Sightsiegen. Das schlaucht dann doch irgendwann und ja, jetzt geht's wieder los. Morgen steht eine Tour an, wir klettern hier den Batur-Vulkan hoch. Dann haben wir zwei Tage wieder Ruhe und ja, dann gibt es nochmal fünf Tage volles Programm mit allen möglichen Interessanten. Aber das seht ihr ja dann später selbst in den Videos. Ja, ich wollte euch nur kurz informieren, weil es jetzt quasi drei Tage Videos in einem gibt. Und ja, wir sehen uns dann in den anderen Videos. Das erste Gecko in unserer Wohnung. Fangen wir das viermal ein. Ja, wir sehen uns dann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020